Willkommen zu Fokus 5 News Der gehörlose Künstler Peter Hemmi, bekannt durch sein Kunstwerk Blühende Sprache, hat noch weitere Kunstwerke geschaffen. Die Plastiken sind aus Gips und Eisen. Vom 8. März bis zum 8. April 2011 werden seine Kunstwerke im Gehörlosenzentrum in Oerlikon ausgestellt sein. Die Ausstellung trägt den Namen Ferne Trotznähe. Hier in Zürich findet diese Woche vom 9. bis 13. März beim Theater der Künste ein besonderer Anlass statt, nämlich die 35. Schweizer Jugendfilmtage. An diesem Anlass können die jungen, kreativen Filmemacher ihre Kurzfilme zeigen. In den einzelnen Kategorien gibt es Wettbewerbe. Am nächsten Sonntag, am 13. März, findet die Preisverleihung mit Übergabe von 20 Preisen statt. Eine spezielle Auszeichnung ist der Blindenspotpreis für Filme zum Thema Behinderung. Auch drei Schüler vom Schulhaus Landenhof haben ihren Film eingereicht. Die Preisverleihung erfolgt mit Gebärdensprachdolmetscher. Teils Filme werden mit Untertitel gezeigt. Der Eintritt ist gratis und die Türöffnung ist um halb 5 Uhr abends. Die Homepage dazu www.jugendfilmtage.ch In Amerika haben Forscher der Hopkins-Universität herausgefunden, dass bei weissen Bürgern mehr Hörschäden als bei Afroamerikanern auftreten. Die Wissenschaftler untersuchten die verschiedenen Gruppen und stellten fest, dass ab 70 Jahren 64% der weissen Amerikanern einen Hörverlust erleiden und bei den Afroamerikanern nur 43% der über 70-Jährigen von einem Hörverlust betroffen sind. Die beiden Gruppen wurden weiter erforscht. Interessant erscheint, dass viele Afroamerikaner beruflich tiefergestellt sind und Berufe wie Bauberufe, die dem Lärm ausgesetzt sind, ausüben. Das Forscherteam stellt weitere Forschungen an und verglich afroamerikanische und weisse US-Bürger derselben Berufsgattung und welche beide dem Lärm ausgesetzt sind. Sie fanden heraus, dass weisse dreimal mehr von Hörschäden betroffen sind als schwarze. Das Forscherteam meint, dass die Gene eine wichtige Rolle spielen. Weisse haben ein empfindlicheres Gehör und erleiden schneller Schäden am Ohr als Afroamerikaner. Jedes Jahr wird vom DFCE, dem Deaf-Free Camp Europe, ein Freizeitcamp für gehörlose Jugendliche aus ganz Europa organisiert. Man trifft sich zum Austauschen und zum Feiern und mehr. Es gibt verschiedene Camps. Den WFD-Camp, den EUD-Camp und eben den Deaf-Free Camp Europe. Die Gründungsidee stammt aus Holland. Dieses Jahr findet der 9. DFCE vom 30. Juli bis 7. August 2011 in Deutschland-Köln statt. Pro Land dürfen sich 10 Personen anmelden. Die Teilnehmer des DFCE sollten zwischen 18 und 30 Jahre alt sein. Jedes teilnehmende Land stellt eine Person als Verantwortliche zur Verfügung. Die Verantwortliche der Schweiz wird Denise Ledermann sein. Weitere Informationen über den DFCE und die angemeldeten Verantwortlichen der jeweiligen Länder findet man über den unten angegebenen Link. Die spanische Presse-Homepage Europa-Press hat den spanischen Ministerpräsidenten Ramón Jorgü interviewt. Er kündigte für das spanische Fernsehen eine audiovisuelle Kommunikation an. Im Fernsehen wird die Audiodeskription, Untertitelung und die Übertragung mit Gebärdensprachdolmetscher ausgebaut. Der Staatsrat Media Audiovisuales, kurz SEMA, kontrolliert, ob die Gesetzesanforderungen des Allgemeines Gesetzes über die audiovisuelle Kommunikation eingehalten werden. Dieses Gesetz gibt den Menschen mit Seh- und Hörbehinderten das Recht auf Zugang zum Fernsehen. Dies steht jedoch in Abhängigkeit zu den technischen Möglichkeiten. Im Gesetz steht, dass in diesem Jahr 2011 das öffentlich-rechtliche Fernsehen 50% der Untertitelung erreicht haben muss und je drei Stunden pro Woche mit Audiodeskription und Gebärdensprachdolmetscher ausgestrahlt wird. Das Gesetz hat fest, dass bis im Jahr 2013 diese Angebote weiter ausgebaut werden müssen. Im Jahr 2013 sollte das öffentlich-rechtliche Fernsehen über eine Untertitelung von 90% und die privaten Anbieter über 75% Untertitelung verfügen. Am 26. und 27. Februar 2011 fand in Ratschings im Südtirol, Italien, der Skidev Europa Cup 2011 statt. Auch zwei Schweizer haben teilgenommen. Philipp Steiner und Roland Schneider in den drei Disziplinen Super-G, Riesenslalom und Kombi. Die Rangliste der Herren beim Super-G Erster Rang Philipp Steiner Zweiter Rang Roland Schneider Und dritter Rang Christoph Lebelhuber aus Österreich Beim Riesenslalom und der Kombi wurde beide Mal Christoph Lebelhuber Erster. Zweiter wurde Philipp Steiner Und der fünfte Platz wurde von Roland Schneider belegt. Dieses Wochenende vom 10. bis 12. März findet wieder der Skidev Europa Cup 2011 statt. Und zwar in Melete di Gallio, Italien. Das war's für Fokus 5 News. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.